Ja, hallo Leute, der Funk ist hier. Ja, wie ihr eventuell schon in der Videobeschreibung oben lesen könnt, das heißt Pause, werde ich mir eine Pause genehmigen, Schrägstrich nehmen, weil einfach... Eventuell hört ihr es auch an meiner Stimme, die ein wenig kaputt gerade ist, weil ich komme gerade von 12 Stunden Non-Stop-Probe. Wir haben bald in Bälde in Kürze unseren Auftritt und müssen dafür noch hammermäßig viel machen. Das heißt, wir haben jetzt jeden Tag, jeden Tag, Sonntag inklusive, verfickte 12 Stunden zu proben und da habe ich leider erstmal keine Zeit mehr für Let's Plays. Das heißt, wenn wir nicht irgendwie mit einem Schlag besser werden und alles super wird, wird es erstmal eine ein- bis anderthalbwöchige Pause. Entschuldigen möchte ich mich damit a bei meinen bisher 137 Abonnenten, wenn jetzt noch einer dazugekommen ist, du bist nur bei 138, freue mich auch und es tut mir leid. Dann möchte ich mich ganz klar noch entschuldigen bei meinen Let's Play Kollegen, weil ich habe gesagt, ich mache mit euch was. Äh, jetzt nicht, ja. Aber, ähm, spielmäßig. Und das wird jetzt erstmal die nächste Woche gar nicht gehen. Ganz, 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 ganz doll entschuldigen möchte ich mich bei Campino234. Ähm, Junge, ich habe keine Zeit, es tut mir leid, es geht einfach nicht, Leben geht vor. Ähm, bei wem möchte ich mich noch entschuldigen? Rofelnagi, ja, musst du mal gucken, wo du jetzt deine Kommentare hinschreibst. Moods, äh, ja, ich werde dich auch vermissen die Woche. RPG Dude, hey holla. Ähm, Kase, huhu, Atzenkeeper, hey ha, DJKR, wow, Desmic, guter Let's Player. Geht auf seinen Let's Plays, die sind der Wahnsinn. Die sind richtig gut, habe ihn gestern entdeckt erst, leider, aber er ist super. Ähm, ja, was gibt es noch groß zu sagen? Es sind erst zwei Minuten, kann ich das noch mit irgendwas Nützlichem füllen? Äh, ja, was spiele ich? Also, was wird überhaupt gespielt in unserem Theater? Ähm, wir spielen Kabale und Liebe und Schillers Räuber. Also, beide Stücke zeitgleich irgendwie. Das ist was total eigenartig ist, weswegen die Proben auch zur Zeit zwölf Stunden dauernd alles total kacke ist. Und ihr hört es an meiner total euphorischen Art, dass ich ausraste vor Freude, weil die Proben ja so genial kacke geil sind. Ja, und einfach zwölf Stunden Proben sucken, derbst mein Leben grad. Äh, ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen, Let's Play machen, wenn mir dazu die Zeit fehlt, weil ich jetzt gleich wieder weiter meinen Text bearbeiten darf. Ähm, ja. Danach, also in der einen Woche, ja, blablabla, wenn die Woche vorbei ist, also ich sag mal maximal eine Woche, beschrägstrich maximal anderthalb Wochen. Kann auch sein, dass ich schon in drei Tagen wieder hier stehe und Let's Plays hochlade, was ich aber nicht glaube. Aber ich sag mal, es kann geschehen. Ähm, tut mir einfach leid, Leute, aber eine Woche ohne Funk ist auch auszuhalten, weil bisher, bis vor einem Monat gab's den Funk noch nicht mal. Hehe, ja. Also, Leute, hab euch lieb. Irgendwie. Ja. Und, hm. Viel Spaß. Die Woche lang. Habt schöne Ferien. Ich hab keine. Hahaha. Alles ein Bums. Ähm, egal. Ja. Hab ich noch irgendwas? Ich hab hier eine süße Ente, die mach ich mal kurz an. Muss ich aufstehen. Ein bisschen durch meine kleine Wohnung natschen. Und jetzt hört euch mal diese Ente an, die ist voll süß. Yeah. Yeah, äh. Quack, 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 quack. Und nochmal. Ja, quack, quack, quack. Gut. Damit verabschiede ich mich. Die Ente hat gesagt, over and out. Und ich mach das dazugehörige... Krrrrrrrrrrrr